Okay, seid ihr bereit? Jaaa! Wir müssen aus unserer Zelle entkommen! Ich bin trauten! Weißt du grad ein Imo? Hallo? Oh Mexi, hallo! Hey! Hey! Hallo! Hallo! Wie geht's dir? Komm ich hier raus? Hallo? Gar nicht! Irgendwie hat es uns eingespelt! Ich glaube das war Paddy! Der böse Bösewicht! Der Bösewicht ist wieder da! Es ist böse! Der Bösewicht hat uns gefangen! Und hat uns eingesperrt! Jaaa! Jaaa! Wir müssen hier raus! Pufu los! Iss dein Stroh! Iss dein Stroh Pufu! Ich ess das! Jaaa! Ich will hier raus! Holy Shit! Oh Posi, wie bist du raus gekommen? Hm! Danke für den Block! Ich weiß es nicht! Du hast uns hier reingebracht, jetzt bringst du uns doch wieder raus! Ich hab uns doch gar nicht reingebracht! Du bist nämlich der Mann und wir sind die Frauen! Wir kommen zum Besuch! Action Musik! Ahhhh! Fight Lupe! Maxi! Ja! Maxi! Mhm! Wenn ich du wäre, würde ich zu den Wärtern da hinten rennen! Mhm! Und dann? Fragen ob ich einen Schlüssel bekomme zum rausgehen? Ja! Okay! Frag mal warum wir hier drin sind! Da krieg ich einen Schlüssel! Alter! Der hat ja echt gutes... Ja! Digga, hä? Warum frisst du mich nicht? Hallo! Die Pistole war perfekt auf ihn gerichtet! Aber die Kugel ging irgendwo hin! Posi, wenn ich du wäre, würde ich mal fragen, warum wir hier drin sind! Das Video wurde gesponsert von HustleCaster! Erstmal vielen Dank dafür! Was ist das für ein Spiel? Es ist so ein kleines Buildingspiel, wo man sein Schloss ausbauen muss und raiden geht! Baut eure eigene kleine Gruppe auf! Rüstet sie halt natürlich aus! Trainiert sie in den Räumen, die ihr gebaut habt! Oder bauen müsst! Und dann könnt ihr mit der Gruppe auf Raubzüge gehen! Gegen Orks, Skelette und so weiter! Wodurch ihr dann wieder Materialien bekommt, um es weiter auszubauen! Und bessere Rüstung zu finden! Und so weiter! Das ist eigentlich schon das ganze Spielprinzip dahinter! Es ist etwas kleines, lustiges! Dabei haben eure Bewohner dann noch im Schloss bestimmte Fähigkeiten, die ihr verbessern könnt! Damit die halt natürlich bessere Ausrüstung tragen können! Andere Fähigkeiten bekommen! Und falls ihr nun Lust bekommen habt, das Spiel zu testen! Der erste Link in der Videobeschreibung! Einfach rauf gehen! Und dann bekommt ihr noch dazu einen kleinen Bonus von 250 Diamanten und 3500 Gold! Und dann viel Spaß mit dem Video! Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg! Wir können da nicht landen! Sicher! Ich werde nochmal testen, Fufu, wenn ich du wäre! Also nur sicher gehen! Ja! Ist hier eine Falle? Du hast gesagt, du siehst eine Falle! Nein, ist hier! Ja! Achso! Ich dachte, hä? Wo? Oh! Warte! Dann muss man hier hoch! Wenn ich du wäre, würde ich... Frag ihn mal, ob er meinen Creator Code drin hat! Ähm... Entschuldigung, hast du meinen Creator Code drin? Entschuldigung? Hast du meinen Creator Code drin? Oh! Ich glaube, das ist ein Nein! Ich glaube, der hat mal einen drin! Fuhr das mit drei U! Ja! Also nur ne Tür, die nicht auf und zu geht! Nur ne Tür einfach! Du fette Wurst! Hilfe! Hilfe! Ich schaff's nicht! Warum habe ich jetzt was gemacht? Gleich müssen wir hier lang! Guck mal, da sind so kleine... Dinger zum drauf! Ach du meinst vielleicht? Ich hasse das Fufu! Oha! Oha! Pien ist ein Noob! Oha, sind das... Aquatsprünge! Aquaman! Aquaman! Fufu ist Lebkuchenman, glaube ich! Du musst dich denn hier drauf! Oha! Du hast es geschafft! Okay, komm! Komm los, Maxi! Äh... Mir ist runtergefallen! Oh! Gerade als ich weggeguckt habe! Kannst du es nochmal machen für das Video? Guck mal, hier ist ein... Schneckepoint! Schneckepoint! Nicht blockieren! Stell dir vor, die würden jetzt... Hätten einen abgeschossen von oben! Ähm... Ähm... Posi? Posi! Ich glaube, Posi wird heute nicht ausbrechen aus dem Gefängnis! Schau mal, da kommt Posi! Yeet! Nein, nicht Posi! Noo! Du trash! Ah! Go... Go Posi! Oh mei! Da kann ich gar nicht rüber gehen! Doch! Puh! Einmal fahren! Puh! Hey! Wir haben es geschafft! Der Noob ist da! Sind hier so viele Wege? Ich weiß wo lang! Pufu! Pufu! Komm mit! Ich nicht! Du musst nicht immer schreien! Oh, ich sehe es! Guck mal! Hier rein, oder? Ne, doch nicht! Sam! Da sind wir gekommen! Geh mal in die Ecke dahinter, glaube ich! Geh da rein! Oh mein Gott! Ah! Ich bin so schlau! Du konntest doch da rein! Ich dachte, man kann hier nicht! Man passt nicht durch! Wir kommen! Wir kommen! Wir kommen! Hier zum Fall! Oh! 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 Warte! Nein! Posi! Haha! Du hast den Keks rumgebrannt! Oh mein Gott! Posi, Mann! Ich hab gehofft, ich komm schnell genug auf die andere Seite. Oh mein Gott, hier ist noch einer. Go in. Okay. Super. Geht's hier. Oh. Oh. Ja? Ich habe eine Idee. Oh, ich kann durch die Lücke schießen. Oh, der Posi gekillt. Der hat aber Koko mal geschossen und der Posi in der Tür getroffen. No. Wie kommt man da hoch? Mann, Fufu. Die Füße, ey. Wie er die Füße abschießt. Geh mir dem Toast. Aber es gibt keinen anderen Weg. Boah, da hinten in der Ecke gibt's einen Weg. Seht ihr ganz hinten? 240. Oh. Ah, ah, ah. Au. Crap. What the fuck. Da kommt der endlich hoch. Soll ich den Krig an? Jetzt. Oh, er ist schon wieder nachgeladen. Oh, er ist geschafft. Ah. Ah. Jetzt kommt der Loop wieder. Hallo? Ah. Klapp, Klapp. Ich glaube, wir müssen heute lesen. Nee, auf die Tür. Geh weg. Geh weg, Maxi. Lösung. Du musst doch hoch, Posi. Geh, warte, geh vor. Ich bin bei dich vorbei. Nein. Warte, wie ist Posi jetzt von uns dreien? Wenn der sich gar nicht bewegt, fällt runter? Mann, ich hab euch sogar Platz gemacht. Stackel. Stackel. Hilfe. Entschuldigung. Oh, schade. Nee, ich bin mit Absicht auf dich gesprungen. Hä? Am I stupid? Okay, nein. Hier sind wir runtergedroppt. No. Warte. Ähm. Maxi, komm mal her. Ja. Waren wir da oben? Da war er schon am Anfang. Ja, ich war da schon. Ich sehe noch einen Weg, aber... Warte, da wird wahrscheinlich der Typ... Warte, ist der am Boden? Ja, ja. Wir müssen aber hier lang. Warte, trotzdem. Der ist wirklich im Boden, cool. Pian, guck mal, hier müssen wir lang. Oh, die... Nice strafe jump. Ich war fast drauf. Man! What the fuck is this? Oh, I got it. Stop it. Ich hab Angst. Ich geh vor. Warte, und dann nochmal öffnen. Ich hab voll Angst, immer. Oh, mach doch nicht zu. Oh Gott. Warte. Da ist safe einer. Der schaut aber nicht hin. Wen können wir töten? Wollen wir? Versuch. Ich bin runtergefallen. Hä? Der macht einfach nichts. Oh, hier ist ein Checkpoint. Der macht einfach nichts. Oh, jetzt hat er eine Waffe. Ähm. Maxi. Lauf. Äh, lauf einfach. Ich glaub, der dreht sich wirklich nicht um. I think we made it. Und ich weiß, das Ziel ist, zum Creative Hub zu kommen. Also zu diesem Portal. Und wir werden gescoomt. Gescoomt? Ich glaub, das ist der einzige Weg. Nein, nein. Doch. Okay. Ich glaub nicht. Ganz klar. Geh durch, Fetty. Zum. Zum. Aha. Oh. Bin mir sicher. Oh. Ich weiß wo. Auf die Torch. Hier rauf. Wow, Fufu. Es geht. Oh. Oh mein Gott. Oh, I did it again. Oh, Martin. Okay. Checkpoint. Hä? Hilfe. Oha. Ich seh'n Death Run. Oh. Wee. Oh. Oh. Ah, der ist einfach. Ist komisch mit nem Controller. Äh. Danke, Fufu. Hat dir ja viel geholfen, seh' ich. Oh mein Gott. Fufu, du schaffst es. Zieh durch, Fufu. Jetzt aber. Okay. Ich hab's. So. Hier ist ein Checkpoint. Also, es ist wirklich der Weg anscheinend. Irgendein Trick muss es dabei ja geben. Go Maxi. Go Maxi. Yes. Mann. Lass erstmal so machen, Fufu. Du machst erstmal noch nichts. Okay, pause jetzt oder eh. Spin hier gleich rein und dann macht man das durch. Okay? No, man. You got this. Oh shit. Das ist nicht gut. Letzte Falle. Yeah. Wee. Weiß ich besser, wenn ich vorgehe? Like for real. Das wär der Fieschlag gewesen, wär ich vorgegangen oder nicht? Wär er ja geändert wie du. Endlich. Wir sind draußen. Immer durch hier, Fufu. Nevermind. Schau mal, hier ist ein Loch. Nee. Nee, ich geh hier hoch. Okay, Nevermind. Kein Loch. Wir sind gerade hergekommen und Posi hat was gefunden. Nein, Maxi hat was gefunden. Ja, Posi hat was gefunden. Oh Gott. Oh Gott. Bleib rechts in der Ecke. Ah. Okay, ich weiß, wo du meinst. Oh nö. Ich hab's. Easy. Was war das? Oh, ich war so fett, ey. Schaut aus wie ein Bosskampf hier unten. Fufu geht vor. Guck mal, ob man längs springen kann. Nee, man fällt durch. Flul. Ah. Okay, wo lang muss ich? Hinten rechts. Muss man da nicht hin? Hallo, Fufu. Kann sein, dass es unsichtbar ist. Mach mal. Guck vor dir. Ja, Maxi, go. Spring. Okay, da ist nicht safe. War das nicht rechts hier? Da ist safe eine. Aber wo lang müssen wir überhaupt? Ah. Hui. Okay, ich glaub, Maxi hat's gefunden. Aber wohin? Ich denke mal da rüber. Ich wusste es. Ich bin sofort gesprungen, ey. Ich bin auch gesprungen. Hat nicht geklaut. Den nehme ich mir aus Sicherheitsgründen mit. Schon mal vorher. Easy. Hui. Wie Angst man hat irgendwie, dass irgendwo was ist. Ah. Wow. Genau, genau neben dem Spawn. Hab ich doch gesagt, oder? Jip. Ja, jip. Hab gesagt, es ist zurecht. Äh. 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 What's this? Uwo, what's this? What's this? He found. Ween am Loch. Oh, ich sehe. Ein Loch. But how can we, can we, can we go in? Pitman? Oh, wait. Oh, wait. Oh, wait. He's cool. Oh, I mean, too. Oh, das ist. Hallo. Oh, no. Watch out. Wenn hier fallen sind, das sieht mir. Ich habe das. Zip. Jetzt hat ihr dran. Ja, brauche ich nicht ernst. Wait, ist das eine Satgasse? Oh, nee. Uh. Man. Oh, come on. Jetzt bist du dran. Oh. Ah. Schnell, renn, 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 renn. Maxi. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Geht rein. Okay, ich bin schon drin. Ich renn nach oben. Oh, was ist this Harry Potter? Und es ist irgendwo wieder ein Loch in der Wand. Wir laufen gerade umsonst nach oben. Ja, bestimmt. Aber ich will trotzdem nach oben laufen. Wir müssen da hinten hin. Ha. Voll fies, die Tür. Wunderbar, warum machen wir die Tür auf? Oh, yes. Oh, yes. Oh, ja. Ich sehe. Ich will in die anderen Türen noch reinschauen. Äh. Bye, Maxi. Warte, Junge. Das ist eine Doppeltreppe. Ja, stimmt. Weil wenn du geschaut hast, da waren ja immer mehrere Türen irgendwie. Hier geht es zum Beispiel auch lang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Weg schon mal falsch ist. Deswegen nehmen wir den anderen weg. Das wird echt falsch. Du kannst hier runterspringen. Hier ist ein Checkpoint. Checkpoint. Bei dir ist aber auch einer, wenn wir den haben. Rapunzel, Rapunzel, lass mir ein langes Haar runter. Neen. Neen. Ferti hier. Rapunzel, Rapunzel. Wir könnten da rüberspringen, aber ich glaube nicht, dass man da überlebt. Also, wo, oder kann man da irgendwo hin? Lass deine Bayonne, Figuren hier. Nicht fein, Fufu. Nicht. Oh. Nein. Jetzt draus. Oh. Oh. Fufu lebt gerne riskant. Easy, meine ich. Ich würde gerne einen Checkpoint haben zum Exploren, irgendwie. Man, jupf, jupf. Oh, hier ist eine Tür. Oh. Okay. Wo ist eine Tür? Oh, da ist eine Tür. Ach, kann man da auf den Ledger da stehen? Ähm. Ich hab halt das Gefühl, bei der Falle muss es lang gehen. Weil ich hab gehofft, man kann da links, wo du unter dir irgendwie drauf landen. Aber dann ist das passiert. Also, ich hab versucht, da dran zu springen, bin runtergerutscht und hier irgendwie runtergebrannt. Ja, genau. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob hier eine Falle ist, oder nicht? Nö. Nice. Aber ganz schön, wie viele Vase können wir dich bitte zerstören? Ich hab eine Tür gefunden. Nein, wo wo? Oh, du bringst Posi. Ja, du schaffst es. Yeah, Massi. Ich war nur Bait. Ähm. Ist da was? Nein. Hab ich diesen Geschütz? Wait. Ich hab ein Geschütz. Wow. Fufu. Ah. Ich hab den unten getötet. Dafür hab ich ein Geschütz. Au. Hier ist ein Checkman, Fufu. Nehmen wir den nicht? Ist da? Ich hab den nicht gesehen. Oh, vielen Dank. Weil ich glaub, wir müssen... Naa. Ich bin voll erschrocken. Warte, da ist einer. Kannst du mal noch ein Geschütz gehen, Fufu? Oh mein Gott. Ja, da oben steht einer. Kannst du den eingeschützt gehen, was auf dem Holz ist? Hauptsache, der hat 100 Schild gehabt, ne? Wo war ein Checkpoint? Äh, komm mit. Genau, jetzt kommt man hier lang. Stell dir vor, das ist alles falsch. Das wär äh... Traurig. Jankpoint, Jankpoint. Ah, wir sind hier lang. Wir sind, äh, in den Turm rein. Da ist ein Gegner, Maxi. Wollen wir ihn kaputt prügeln? Zu zweit? Okay. Äh. Hm. Wird man Sinne von dem Angst haben? Sicher, dass es nicht hier oben einfach ist, Fufu? Oder war dir das zu simpel? Das ist aber für Fufu zu simpel. Oh Gott. Äh. Alter, die FPS, wenn der so runterkommt, äh. Warte, check mal. Will ich sehen. Oh, der ist echt. Du musst hier sneaken. Guck mal, wo ist hier rüber? Ja. Kann rechts an den vorbei, oder? Hier, hier drüber. Sneakt dann hier. Ah. Ah. Wow. Ich glaube, ich gehe nicht da lang. Vor allem. Fufu, Rakete. Oh mein Gott. Warte, ich habe den richtigen Weg. Unten. Fufu, hier unten. Guck mal hier in die Ecke. Ist natürlich einfach. Hier ist ja kein Gegner. Hier ist eine Waffe in die Ecke. Oh, cool. Jetzt können wir uns ja wehren. Da ist der Ausgang. Zum Creator Cup. Wir haben es geschafft. Vorsichtig gefuckt. Ich habe eine Shotgun gehört. Aber wir haben es geschafft. Hey. Easy. Made it. Einmal klatschen, klatschen, klatschen. So, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das hilft mir ungemein und dauert nur zwei Sekunden. Falls ihr mich sonst unterstützen wollt, Creator Code Furtis mit drei U. Und wenn ihr jetzt noch mehr Fortnite sehen wollt, ist links ein Video. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren und rechts ist ein Random Video. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.